Ich sehe mich auch schon als Lehrkraft zukünftig, aber auch als Künstler. Also man muss glaube ich beides irgendwie miteinander kombinieren können. Also an sich baut es sich auf in Kunst, Pädagogik und halt im zweiten Fach, in Weimar natürlich auch nur Kunst und Pädagogik und Kunst an sich besteht aus der Didaktik, Kunstgeschichte und allen praktischen. Pädagogik hat halt Psychologie, die Erziehungswissenschaften generell und das Zweitfach ist genau so aufgebaut, also im praktischen und auch didaktischen Teil. Ja, in sich sind so die Projekte die größten Einheiten, die wir haben, also es gibt auch sehr viele Punkte dafür, es wird aber auch sehr viel verlangt, es ist sehr viel Praktisches, es gibt vom Lehramt selbst Projekte, die angeboten werden, aber natürlich auch von der visuellen Kommunikation, Medienkunst und auch den anderen. Also mir gefällt generell die Abwechslung, die wir als Lehramtsstudierende haben. Man sollte auf alle Fälle sehr offen sein für neue Sachen, also das ist zumindest, glaube ich, für die Bauhaus-Universität ein sehr wichtiger Punkt, den ich gelernt habe, dass man nicht bei der Sache bleiben sollte, die man von der Schule aus kennt. Also ob das jetzt eine bestimmte Art und Weise ist, wie man halt Kunst macht, das sollte man so ein bisschen auch ablegen können, ein bisschen ein offenes Auge haben für andere Sachen und auch, dass man auch mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt tritt, dadurch neue Ideen und Sichtweisen einfach kennenlernt. Dafür sollte man offen sein, was mir aber persönlich sehr viel Spaß gemacht hat bis jetzt. Um wirklich Lehrer zu werden wollen, braucht man auf alle Fälle natürlich fachliches Wissen, was man teilweise durch das Studium natürlich erhält, teilweise muss man es sich aber auch natürlich selbst erarbeiten. Man muss auf alle Fälle Durchhaltevermögen haben, sehr viel Toleranz, um eine gute Lehrkraft zu sein, Freude daran, Sachen auch beizubringen, auch wie das für das Studium ein offenes Auge zu haben, also zu schauen, was brauchen die SchülerInnen, man muss so eine gute Balance finden zwischen dem, was vom Lehrplan auch vorgegeben wird und was man selbst vielleicht auch denkt, was wichtig ist. In meiner beruflichen Zukunft sehe ich noch nicht ganz so fest. Ich habe jetzt das Praxissemester hinter mir. Ich kann mir vorstellen, auch in der Uni zu bleiben oder in einem anderen, ich sage jetzt mal pädagogischen Beruf, auf alle Fälle. Also man hat viele Möglichkeiten am Ende doch irgendwas anderes zu machen. Man kann immer noch vielleicht ein Diplom in der freien Kunst machen oder einen Bachelor in einem der anderen Bereiche, um das Wissen zu erweitern und was anderes vielleicht zu machen. Wenn man sich bewerben möchte, auf alle Fälle viel Verschiedenes einfach zeigen. Also auch in der Mappe die Offenheit zeigen für viele Sachen. Es muss nicht perfekt sein. Man sollte auf alle Fälle gelassen bleiben bei der Prüfung. Es sind einige ein bisschen ausgeflippt und waren sehr nervös. Also man sollte sich da keine Angst haben davor. Ja, einfach gelassen bleiben. Das sollte man generell im Studium, glaube ich.